Ja Leute was geht und willkommen zu dem Video. Ich kann jetzt endlich bestätigen wann ich meinen 12 Stunden Stream mache. Alle wichtigen Infos dazu jetzt hier. Wie bereits neulich mal erwähnt ist jetzt eben bestätigt. Mein 12 Stunden Stream wird am Freitag den 9.2.2018 auf den Samstag den 10.2.2018 starten. Wir starten am besagten Freitag den 9.2.2018 um 18.00 Uhr mit dem Stream und hören eben um 6.00 Uhr in der Früh auf so ungefähr. Genaue Infos was gespielt wird werde ich dann am Tag quasi bekannt geben weil ich mit der Liste und fertig bin. Ihr könnt aber gerne Spiele wünschen jetzt hier unter die Kommentare schreiben die werden eventuell berücksichtigt. Gewinnspiel testen es läuft da so ab und es ist was sein ist beim Stream dann was zu gewinnen gibt wenn ihr dabei seid. Dazu sage ich jetzt immer noch nicht mehr was halt ihr dann eben wenn es soweit ist. Alles nochmal festgehalten einfach damit es wisst am 9.2.2018 sind wir live unser 12 Stunden Stream quasi in 1000 Abonnenten Spessel. Bis für die Freunde die dabei sein wurdet. Und ja was ja auch sein konnte über Discord übrigens wie immer. Genau merkt uns das mal gleich folgenden Kalender anstreisen. 9.2.2018 Uhr. Genau das war es eigentlich auch wieder das war einfach nur die Info. Ich hoffe ihr freut euch und seid dabei. Ja macht's gut bis zum nächsten Mal. Und ciao!